Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag bisher gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 21.900 US-Dollar. Short ist ausgestoppt worden. Nicht schlimm. Es geben sich neue Möglichkeiten, also Long-Möglichkeiten bisher noch nicht. Werden wir aber jetzt auf jeden Fall im Video darüber sprechen, was wird jetzt auf jeden Fall für das Wochenende interessant, was wird jetzt für die nächsten Stunden interessant. Schauen wir uns alles im heutigen Video an. Ansonsten vielen, vielen Dank gestern für den geilen Livestream. Gestern hat endlich mal wieder alles ohne Probleme funktioniert. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch immer wieder benachrichtigt. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 21.800 US-Dollar. Wir hatten heute Nacht sogar einen Pump bis 22.500 US-Dollar. Wir haben es noch nicht geschafft, dieses Hoch herauszunehmen, beziehungsweise noch nicht den 200er SMA anzugreifen und auch nicht den Monats-Pivot bei ungefähr 23.100 US-Dollar. Jetzt schauen wir uns aber nochmal ganz kurz an, wo denn auch noch die anderen Pivots sind. Also vor allem der Weekly befindet sich genau hier beim 200er SMA. Wir haben einen sehr, sehr hohen RSI mit einer 4 Stunden Bearish Divergence mittlerweile. Wir gehen mal ganz kurz auf die anderen Timeframes, vor allem auf den 1 Stunden Timeframe. Und da können wir ganz gut sehen, dieser deutliche Peak nach oben wurde mit ordentlich Kaufvolumen auf jeden Fall gebildet. Das heißt für uns, wir haben eine neue kleine Short-Möglichkeit. Bitte jetzt nicht mehr mit riesigen Shorts hier in den Markt reinfischen. Ich erwarte auf jeden Fall noch mal eine Korrektur. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, vor allem in dem Bereich der 21.000 US-Dollar auf jeden Fall, weil hier unsere nächste Support-Zone liegt. Aber wir könnten sogar noch in dem Bereich der 20.400 US-Dollar, einfach aufgrund dessen, weil wir hier auch nochmal ein kleines Volt dazwischen haben. Das sind jetzt die Zonen, die ich auf jeden Fall für den heutigen Tag im Auge behalte. Wir kriegen Arbeitsmarktdaten aus den USA noch ganz, ganz wichtig auf jeden Fall im Auge behalten, dass da heute noch ein bisschen mehr Volatilität kommen könnte. Kurzfristig kann ich mir noch einen kleinen Pump vorstellen, vor allem aufgrund dieses Wix hier, dass wir uns jetzt vielleicht hier so ein kleines Head & Shoulders bilden, zumindest auf den ganz, ganz kleinen Timeframes, aber dann trotzdem noch uns dieses Hoch hier rausfischen bei 22.500 US-Dollar. Heißt für mich, ich werde noch einen kleinen Short-Entry versuchen bei 22.500 US-Dollar mit einem Stop-Loss über der 23.500 US-Dollar. Einfach um diese grüne Zone nochmal auszuwickeln, beziehungsweise auswickeln zu lassen, um noch ein bisschen Luft zu kriegen, wären ungefähr 4,5% Risk. Das ist dann vermutlich erst einmal der letzte Short, den ich eingehe und dann mit Preisziel von 20.400 US-Dollar erst einmal. Wir haben jetzt Wochenende, heißt weniger Volumen auf jeden Fall noch im Markt. Wir haben generell wenig Volumen im Markt, was jetzt diesen Pump verursacht hat. Klingt eher danach, dass viel Retail in den Markt jetzt reingekommen ist. Solange wir nicht über diesen 23.700 US-Dollar mindestens ein Daily Close auf jeden Fall sehen, glaube ich nicht, dass wir weiter steigen werden. Wir haben jetzt absolut überhöhte RSI, die Indikatoren laufen langsam heiß. Solange wir hier wirklich kein Close über den 23.000 US-Dollar nachhaltig sehen, ein, zwei Tage ein bisschen konsolidieren, auf jeden Fall den RSI noch ein bisschen runterbringen, sehe ich uns nicht, dass wir jetzt hier sofort Richtung 27.000 US-Dollar schießen. Schaffen wir das hingegen, könnten wir nächste Woche eine extrem bullische Woche in den Bereich der 28.000 US-Dollar hinlegen. Dafür ist es aber momentan noch zu früh. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir zumindest kurzfristig noch eine kleine Korrektur sehen. Aber jetzt bitte vorsichtig, auch mit Shorts nicht hohe Positionen jetzt in den Markt mehr reinwerfen, echt kleine Positionen, um dann möglicherweise einen neuen Long Entry dann Anfang der Woche oder vielleicht sogar Sonntag noch hinzukriegen. Müssen wir mal schauen, wie sich die Märkte bis dahin entwickelt haben. Aber jetzt gilt auf jeden Fall Vorsicht. Wir haben noch einen kleinen Abtrend, der ist auf jeden Fall noch intakt, den habe ich euch hier eingezeichnet in gelb. Der ist aktiv, müssen wir mal schauen, ob der dann beim nächsten Retest hält. Trotzdem, erste Zone, nochmal die 22.500, 22.600 oder 700 US-Dollar, einfach aufgrund des Weekly R2, der hier liegt. Wir haben den 200er SMA hier, wir haben auch den Monthly Pivot auch noch in diesem Bereich. Also jetzt kommen wir in fette, fette Widerstandszonen, die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten und die sich dann auch als nachhaltiger Trendwechsel dann hinstellen könnten. Sobald wir nämlich da wirklich drüber sind, können wir uns wirklich die 27, 28k anschauen. Aber da sind wir noch nicht. Es ist jetzt fahrlässig zu denken, okay, wir hatten jetzt mal einen schönen grünen Tag mit 10% Pump, dass es jetzt auf jeden Fall so weitergeht. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall vorsichtig sein, weiterhin Ruhe bewahren und uns die nächsten Long-Möglichkeiten dann raussuchen. Wie gesagt, nächste Short-Möglichkeit, 22.500 US-Dollar. Da liegt meine erste Short mit einem Stop-Loss über dieser grünen Zone aufgrund dieser letzten Hochs, die wir hier hatten, aufgrund des Monthly, aufgrund des Weekly Pivots. Da kommt eine Menge zusammen und der 200er SMA natürlich auch. Deswegen passt einfach auf, dass ihr jetzt nicht irgendwie hier in FOMO verfallt und jetzt einfach Long-Positionen blind reinschießt. Wir sind auf den Timeframes überall übergekauft. Auch auf dem 1-Stunden-Timeframe haben wir schon eine Bearish Divergence, die sich langsam abbaut. Wir aber immer noch bei 63 sind. Also hier bitte, bitte aufpassen. Der letzte Push könnte noch kommen, um dann nochmal die letzten in irgendwelche Long-Positionen reinzuwiegen, sage ich jetzt mal. Einfach aufpassen für den heutigen Tag und aufs Wochenende. So, dann Ethereum. Auch Ethereum pumpt weiter und ist jetzt in Richtung 1240 US-Dollar. Aber zwischenzeitlich waren wir sogar bei 1275 US-Dollar. Und ihr seht, wir haben gestern noch über eine Short-Möglichkeit gesprochen, über den 200er SMA. Jeder, der die Short-Position eingegangen ist, müsste eigentlich jetzt noch drin sein, weil wir darüber gesprochen haben. Ansonsten liegt es wahrscheinlich an den Börsenunterschiedlichkeiten. Aber ich habe gesagt, über den 200er SMA. Dann wäre das auch auf jeden Fall passend gewesen. Hier haben wir den 200er SMA bereits erreicht. Einerseits ein gutes Zeichen, andererseits sind wir dann auch hier in extrem übergekauften Bereich angekommen im RSI 200er SMA. Auch hier besteht wirklich noch die Möglichkeit, dass wir uns dieses Hoch noch einmal holen, die 1275 US-Dollar, so wie bei Bitcoin, eben dieses letzte Hoch zu holen, um dann die Korrektur nach unten hin erst einmal zu bewegen. Wichtige Pivots, sage ich mal, oder wichtige Punkte momentan, zumindest nach Fibonacci, müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein, kann sich nochmal minimal verschieben, kriegen wir hier ein höheres Hoch rein, wären die 1100 US-Dollar. Und das würde auch damit in Übereinkunft stehen, einerseits, dass wir hier eine schöne Demandzone haben, plus wir haben unsere Voids dann auch, die wir jetzt über die letzten Stunden oder über die letzten Tage gebildet haben, dann auch wieder gefüllt. Und von hier aus könnten wir uns dann auf jeden Fall neue Long-Positionen aufbauen. Müssen wir auf jeden Fall darauf achten. So, dann Cardano. Fehlt mir hier ehrlich gesagt noch ein bisschen. Also hier echt wenig Bewegung. Manche Altcoins momentan noch nicht so wirklich im Tritt, deswegen brauchen wir uns hier jetzt nicht länger aufhalten. Solana hat unsere Supply-Zone getroffen, also auch hier die erste heftige Widerstandszone wurde hier erst einmal erreicht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir vom FIP-Level hier noch irgendwelches Levels haben. Passt auch. Wir sind wieder knapp unter dem Golden Pocket. Wir haben das 0786 dann nicht erreicht. Die Supply-Zone hat gehalten. Also auch hier wäre Short-Möglichkeit drin gewesen, wer das gemacht hat in dieser Supply. Stop-Loss-of-Entry und Profite nehmen. Ansonsten, V-Chain habe ich ja gestern im Livestream gesagt, habe ich noch einen Trade aufgemacht. Zwei Take-Profits wurden bereits erreicht bei 0,245. Wurde der zweite Take-Profit bereits erreicht. Deswegen auch hier Stop-Loss-Entry. Entry war hier die 0,0234. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiter ergibt. Aber auch hier sehen wir jetzt den ersten kleineren Abverkauf. Ein-Stunden-Chart. Schauen wir uns auch mal an. Auch hier haben wir zum Beispiel gar keinen Weg. Das liegt aber auch daran, wir haben seit Tagen kein Volumen bei V-Chain. Das habe ich gestern auch im Livestream nochmal angesprochen, dass V-Chain momentan überhaupt kein Handelsvolumen hat, auf gar keiner Börse. Also hier müssen wir auch auf jeden Fall vorsichtig sein. Leichte Manipulation, was hier auf jeden Fall möglich ist. So, dann. Quandt wurde sich gestern in den Kommentaren gewünscht. Auch hier schauen wir mal ganz kurz rein. Wir haben weiterhin unseren Abtrend. Wir gehen in den 4-Stunden-Chart, was es hier ansonsten noch zu berichten gibt. Abtrend hält. Wir befinden uns jetzt hier in so einer kleinen Art Symmetrical Triangle. Also ihr seht hier, dass wir hier eine krasse Widerstandszone hatten. Beziehungsweise hier war es Support, hier ist es Widerstand, da sind wir jetzt wieder drin. Müssen wir auch mal schauen. Der RSI auch deutlich übergekauft im 4-Stunden-Chart mit einer Bearish Divergence. Also auch hier gilt Vorsicht. 200 SMA wurde bereits als Support bestätigt. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Trotzdem aufgrund des erhöhten RSI deutet momentan eher auf eine kleinere Korrektur hin, um vielleicht diesen Pivot, diesen Monthly Pivot nochmal zu testen. und vielleicht den Abtrend. Und dann hätten wir, so wie bei vielen Altcoins im Endeffekt, die Möglichkeit, hier ein kleines Symmetrical Triangle zu traden, um dann nächste Woche wirklich Bullish Momentum zu kriegen, mit Unterstützung bei BTC und dann auch deutlich steigende Kurse bei Altcoins zu sehen. Ansonsten relativ ausgeglichen momentan der Markt. Ich erwarte trotzdem nochmal diesen kleinen Push nach oben im Laufe der nächsten Stunden, beziehungsweise ja im Laufe des heutigen Tages, bevor wir dann über das Wochenende eine kleine Korrektur sehen könnten und dann hoffentlich nächste Woche eine bullische Woche kriegen. Dann noch eine kleine Sache bei ICP, wo wir gestern schon drüber gesprochen haben. Wir sehen hier ein kleines Adam & Eve Pattern, was eigentlich für eine Trendwende stehen könnte oder müsste. Momentan bin ich hier noch ein bisschen vorsichtig, was Einstiege anbelangt. Wir haben jetzt auch hier einen extrem hohen WIG bekommen, auf ungefähr 6,47 Dollar. Müssen wir aufpassen, dass wir uns diesen vielleicht auch noch holen, so wie bei BTC. Man sieht, das Volumen ist hier angestiegen. RSI, 1 Stunden Barish Divergence. Müssen wir jetzt mal darauf achten, wie sich es weiter ausgibt. Ansonsten wäre das hier vielleicht eine Möglichkeit für ein Swing Low aufgrund dieses Bullischen Chart Patterns mit Preisziel bei ungefähr 7,60 Dollar. Wir würden diese Voids auf jeden Fall füllen. Wäre auf jeden Fall die erste längerfristige Long Position, abgesehen vom BTC, die wir hier eröffnen könnten. So, so viel dazu. Ganz kurz die News aktualisieren. Schauen wir uns das mal an. GORLY Test, was passieren wird, wenn Ethereum Merge aktiviert wird. Liest euch den Artikel auf jeden Fall durch. Ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Wer noch nicht drin ist, Link ist unten in der Videobeschreibung. Prime XPT habe ich gestern noch was auf Twitter gepostet. Werde ich euch später auch noch in die Telegram-Gruppe posten, weil da könnt ihr momentan richtig was abstauben. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen zum neuen Update-Video wieder. Freue ich mich drauf. Ansonsten verfallt nicht in FOMO. Bleibt ruhig. WIC ist möglich nochmal nach oben, bevor wir dann eine kleine Korrektur sehen. Momentan sieht trotzdem alles dafür aus, dass wir nächste Woche wirklich eine bullische Woche kriegen könnten, wenn die Widerstände draus genommen werden. Bis dahin. Kein FOMO verfallen. Ruhe bewahren. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.